Ich baue Sascha am Ende, Twitch am Limit, wir gehen wieder rein, Leute. Kein, ähm, kein Konzept hat mal wieder abgeliefert. Let's go, würde ich sagen. Also das Intro kennen wir alle schon. Dass niemand, kriegt mal ein Abo von mir, dass niemand auf Twitch Deutschland so, so Twitch, so gute Twitch-Clip-Compilations sind so hoch, aber die finde ich eigentlich eigentlich ganz cool. Muss ich auch sagen, kein Konzept liefert da wirklich immer tatsächlich ab. Also ausnahmsweise, es gibt halt irgendwie, auch das Ding ist, auch der deutsche Twitch-Markt ist halt einfach nur scheiße. Da sind so Leute wie ich unterwegs, aber der macht das wirklich gut. Gefällt mir ganz gut. Bin ich nicht schlecht. Hä? Ach, Digga, nicht schon wiederkommen. Yesterday, I want to stream for you guys, but a hot, a hot girl called me and my time was fast lost, so I don't... Carsten, wir verstehen's. Wir verstehen alle, was du meinst, Bro. So I don't... Nee, nee, ich kann das nicht. Ich weiß nicht, was ich mir zu sagen soll. Ach, Digga. Ey. Hast du das Film gesehen und dir ist auch direkt, wie den Zuschauern, sofort... Schlecht geworden. ...ins Auge gestochen. Ich hab ein neues Headset, ne? Ja, ja, genau. Das Headset ist es, Digga. Also ganz ehrlich, Bro. No Joke, Trail Max sieht an der Stelle einfach aus wie ein seiterlicher Sex-Tourist. Der sieht wirklich aus wie einer, der nach Pattaya fährt. Eins zu eins, oder? Ist dir aufgefallen sofort? Ist mir aufgefallen, ja. Oder? Ey, du könntest echt diesen Horatio spielen, einfach bei Navy CIS oder so. Ja, true. Das ist falsch. Oh, warte. Oh, so geil. So geil, Alter. What? Ich bin das eine Mal zu meinem Auto gegangen und hatte keinen Schlüssel. Okay. Und auf einmal kannte mich das Auto nicht mehr. Oh nein. Und das ist irgendwie traurig, wenn man überlegt, wie viele Emotionen man verbindet mit einem Auto. Aber sobald du den Schlüssel nicht mehr hast, kennt dich das nicht mehr. Und das ist schon... Ja, Bro, also das ist ja auch ein Objekt, also sag ich mal... Hm. Ha? Ich dachte mich aus wegen Untenstrich, das heißt so. Wie heißt es denn so? Das ist Untenstrich. Äh. Untenstrich? Das ist kein Untenstrich. Das ist... Okay, das ist im Namen. Das ist kein Untenstrich. Das ist... Das heißt Unterstrich? Ja, Unterstrich, ja. Aber wie machen das denn die anderen Streamer, die nur einen PC haben? Ich hab auch nur einen PC. Du hörst dich voll komisch an auf Discord übrigens. Alter, Alter. Chillig. Oh, cute. Ein dicker Cock. Entschuldigung. Ach, Digga, Antonia, lass es doch einfach. Rich hier. Bitte. Ach, Junge, was ist denn mit... Wie, Mann? Oh, je, fuck. Warum furzt sie denn so oft? Also, da würde ich einfach mal... Da würde ich einfach mal... Da würde ich einfach mal die Ernährung umstellen. Ich glaube, ein Kuss ist nie angenehm, wenn du den Gegenüber nicht küssen möchtest. Das ist dann tatsächlich auch fast schon eine Vergewaltigung, ja. Oh. Alter. Der ist so groß. No homo. Moment. Ah, sorry. Ich hab dich angefurzt. What? Stark, Sascha. Ja, Mann. Legende. Ab dafür. Digga, was ist denn da los? Alter, warum furzt sie denn? Vor lauter Wut muss ich schon wieder die ganze Zeit furzen jetzt. Das ist aber auch ein Alleinstellungsmerkmal. Sie macht sich damit... Sie macht sich damit bekannt, indem sie furzt. Einfach Monte-Frau. Digga, die und Monte, Digga, die machen... Ein Kind, Junge, also... Ich hab tiefhängende Eier... Die machen ein Kind. Okay. Was ist denn Indie? Ich dachte, das ist indische Musik. Oh. Da sind wir mal wieder raus. Ist Indie nicht indische Musik? Nein. Ist ja gar nicht indische Musik, Alter. Oh. Digga, was ist denn da los? Pascal mit dem Fimper... Mit irgendeinem Link. Monte, könntest du dir das TikTok von mir anschauen? Niemals. Erstmal klicke ich nicht auf Links und für 5 Euro schaue ich dir genau gar nichts an, Digga. So sieht's aus. Und dieser Mann ist Millionär. Und merkt euch eins. Auch wenn eure 50 Euro Donation nicht von ihm vorgelesen wird, ihm ist es trotzdem scheißegal, weil er hat schon genug Geld. Die Autos sind aber auf der richtigen Straßenseite gefahren oder nicht. Oh, das ist in den USA. Da war eine USA-Flogge. Nevermind. So viel dazu. Das war, glaube ich, keine USA-Flogge. Oh, die fahren in den USA auch rechts? Ja, die fahren in den USA auch rechts. Also, oder? Ich dachte, die fahren links. Oh. Ach, Digga. Aber in Kanada, oder? Nein. Auch nicht? Nein. Das ist denn das, Alter? Oh. Oh. Oh, Gott, ey. Muss mir erst mal wieder ein bisschen abreagieren, ey. Hä? Digga, was macht sie denn vor jedem Stream? Also, was macht sie denn vor jedem Stream einfach? Also, wie geht denn das, Digga? Jetzt sagen wir mal ganz gut hier. Ja.